Wow, irgendetwas ist geflogen gerade ja die kann man alle noch fahren du hänger du so hatte ich einen hänger aber ein ganz gewaltiges oh lex ich glaube da bräuchte du nicht mal einer aber war wieder mit zu viel elan die ist hässlich die geht sogar flach wenn die relativ viel sein felsen ja wenn sie gut anfasst aber ich habe mich gerade nicht mehr den felsen getraut ich habe sie gestanden ich habe sie gestanden ja jawoll ja komm gleich Spitzker ja die ist ja nichts das ist ja voll langweilig ich habe sie gefasst ja ich merke es gerade mir lenkt alles hin in der ferse gerade dann habe ich es vielleicht wegen dir im Kopf gerade ja dann habe ich es vielleicht wegen dir im Kopf gerade schön so kann es ruhig bleiben ja gleich elf minuten ich habe hier noch zwei ersatzakkus dabei oh 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 yes was ist das ok ich glaube wir sollten uns mal ja die trails von wanton bike park felserwald öfters mal anschauen ja das ist es kann auch es geht es ja es Up. Ach, war der Nass. Das war nice, das Stück. Warum die Wurzeln zum Schluss? Oh. 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 Pappsack, tut er eigentlich da. Irgendwer fasst mir an den Arsch Irgendwer hat mir gerade an den Arsch gefasst und mehrere kleine Finger gespürt Duftschung wieder Duftschung wieder Duftschung wieder Duftschung schön schön das ist richtig schön oh sitting downhill sand ist hier ein bisschen mies der sand ist widerlich gerade es legt gerade ein bisschen abstand nehmen vielleicht nicht so viel well gut ausgebremst sehr geiler trailer, sehr geil absolut pervers, zwar ein scheiß anweg für hin aber gut aus